Ich werde heute Broxer als Superheld retten, wir spielen nämlich ein Teamwork-Parcours, es war ein sehr, sehr krass gutes Video, bis zu mir, dann lasst ein Like und auch ein Abo da und jetzt viel Spaß. Yo, guck mal Kaspar, was geht? Wir müssen heute Sterne sammeln. Was? Und jetzt gerade haben wir null, oder was? Ich weiß, null Sterne, wir müssen echt probieren jetzt hier von Fursche zu Fursche zu gehen. Guck mal jetzt hier rechts, das ist zum Beispiel die 100-Sterne-Stage und sowas. Alter, das sieht wie krank aus. Und da steht auch, hintereinander nach oben zu gehen und Superhelden zu werden. Okay, also wir müssen sozusagen heute Sterne sammeln. Und hierfür bekommen wir jetzt einen Stern und 300 Dollar, so. Also ich werde hier rauf gehen, das heißt hier... Wow! Und jetzt können wir hier nach oben. Ah, lol. Und jetzt können wir hier hoch gehen, dann steht auch immer die ganze Zeit eine Anleitung, was wir machen müssen. Springe auf Spieler, um nach oben zu gehen, dann musst du auf mich springen. Das bedeutet, ich kann jetzt theoretisch nicht alleine, das heißt ich nütze jetzt... Lol, und jetzt? Wie kommst du jetzt hoch? Geh da rauf, geh da rauf. Warte mal, halt auf den Button, um den anderen Spielern zu helfen. So, jetzt kommst du, kommst du jetzt rauf? Ah, lol, so funktioniert das also. Hoppa, und gleich fach wieder. Alter, so, nächstes hier, komm hoch hier, zack. Das ist doch richtig cool, ohne Spaß. Jetzt ist schon schwieriger hier. Oh, guck mal, nur noch eine einzige Stufe. Ich weiß, wir haben fast geschafft, Leute. Wir sind schon aufs Schild drauf springen oder sowas, oder? Nee, nee, wir müssen uns hier richtig so hochkusten lassen. Ja, komm schon. Oh, noch ein Stück. Ja, fast, fast. Nein, noch, komm schon. Ja, oh mein Gott. No, du hast es und jetzt sehr gut. Teamarbeit lässt den Traum funktionieren. High five hier, let's go. High five hier, let's go. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben den ersten Stern einsammeln. Stern Nummer eins. Fast oben. Alter, schön. Da sind auch die anderen. Siehst du das, die anderen Sterne so. Aber ich frag mich gerade, guck mal, da oben ist doch so ein Planet. Glaubst du, da könnte man auch hin später? Ein Planet, stimmt. So, jetzt haben wir einen, oder? Haben wir jetzt einen Stern? Hä? Jetzt. Ich hab eins, oder? Okay, jetzt haben wir einen Stern bekommen. Ich hab bei mir noch nicht jetzt. Doch, jetzt hab ich einen Stern. Jetzt können wir hier rein. Hier reingehen. Oh, loooy, was? Ey, warum? Ah, jetzt bin ich aufgeregt. Ich bin hier einfach nur zu einer Welt und jetzt kann man hier wieder nur einen Stern bekommen. Das heißt, wir haben dann zwei Sterne, ne? Danach haben wir zwei Sterne und dann geht's halt immer so weiter und so weiter. Und ach, ich will auf jeden Fall, das Ding ist, du kannst auch hier im Shop reingehen, ne? Ja, aber da können wir nachher auch so Spinnentype, also Spider-Man kaufen, Hulk und sowas. Okay, 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 sehr, sehr, sehr stark. Lass mal kurz hier genau so schön jetzt hier. Ist das jetzt hier jump in? Aber das haben wir jetzt beide sogar da gerade gleichzeitig geschafft, ne? Gott sei Dank. Hier, oh ja, ich mach dir, ich mach dir das Ding. So, zack, hab ich gemacht. Sehr schön, nächste. Den können wir auf jeden Fall auch easy hinbekommen. Hier, danke, yo. Brauchen wir gar nicht, kommen hier direkt weiter. Brauchen wir gar nicht. Wir sind so gut, Alter, wir sind so einstudiert hier. Sehr schön, ich hab's. Wir sind so richtig einstudiert. Ja, ich mach dir. Bam, hast du? So, sehr gut. Ja, sehr gut, danke. Ich glaube, ich kaufe mal gleich mal diese krasse Sprungkraft, ne? Ja, ich glaube, die bringen echt was, ne? Ich glaube, dann ist man noch schneller unterwegs wahrscheinlich. Dann sind wir nämlich viel, lass mal ganz kurz gucken, ey. Dann sind wir nämlich schnell unterwegs. Weil wir können jetzt hier zum Beispiel, ah, Geld braucht man dafür. Oh, Mann. Man kann dann plus 30% Sprung und sowas haben, ne? Hier ist aber so, hier ist plus 20% Sprung for free. Siehst du das auch? Das hab ich jetzt desaktiviert. Was? Hä, Leute, das ist plus 20% mehr Sprung, hab ich jetzt. Wo denn, wo denn? So ein Schein. Upper free, pinker Halo. Ja, safe. Ey, ich bin runtergefallen, du musst mir noch mal ganz kurz hier das Ding da geben, dieses blaue Teil da. Achso, ja, kein Problem. Die Stufe, die du irgendwie wieder weggekommen. Okay, danke, ja. Achso, wenn man das aktiviert hat, kann man quasi dann nach höher springen, ne? Genau, dann kann man noch höher, das hätten wir die ganze Zeit schon machen sollen, sag mal. Das ist schon mal nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, gut, wir sind jetzt ja eh gerade erst mal Stufe 1. Also, was gibt's da noch so? Gibt's noch krass? Ja, hier plus 130% Sprung, ne? Lass mal, warte mal, lass mal die anderen coolen Sprung rankaufen. Ich kaufe jetzt mal ganz kurz, äh, Dollar. Hier, zack, guck mal nach oben, ja. So, 100.000 Dollar kaufe ich jetzt mal ganz kurz. Ja, ich hole hier auch mal, warte mal, was kostet das? Und dann kann ich jetzt nämlich hier anscheinend irgendwas cooles kaufen. Was soll ich am besten kaufen? Du kannst sogar einen Engel kaufen, für 200.000, ne? Ja, aber ich glaube, Engel, der kann ja dann fliegen, der ist ja dann zu langweilig. Das ist so, okay, ne? Ich kaufe mir jetzt erst mal, glaube ich, äh... Iron Man könntest du auch werden. Iron Man für 100% Sprung und 90%... Oh, ich kaufe mir jetzt Iron Man. Iron Man sieht richtig cool aus. Sag, warte mal hier, Dollar holen. Okay, ich bin, guck mal, siehst du mich? Ich bin Iron Man. Zeig mal. Stimmt, du bist echt, das ist wie Iron Man. Was? Ich kann hier direkt auf diese Teile rausspringen. Kommst du? So, bam, Iron Man, ja, ich habe ihn mir auch gekauft. So, jetzt habe ich ihn und jetzt? Stimmt. Wow. Jetzt können wir hier von Ding zu Ding rausspringen. Okay, jetzt können wir hier echt einfach richtig easy Stufe für Stufe einfach nur hoch, ne? Und jetzt können wir richtig so die Sterne schon mal sammeln. Ich meine, wenn wir das halt gleich haben, können wir noch... Ich sag's ja. Oh Gott. Jetzt wird's schon knapp bei mir hier, langsam, bei dir auch. Ja, ja, oh ja, hier wird's auf jeden Fall knapp. Oh, na komm, na komm, na komm. Ja, ich hab's, okay, ich hol dich hoch hier. Ah, ich hab's auch geschafft. Ah, okay, sehr gut, sehr gut. Ist auch schon der letzte Sprung, sehe ich gerade, ne? Das ist jetzt hier gerade der letzte Sprung, ja? Ja, okay. Sehr schön, nochmal nach oben. Danke. Aber jetzt können wir nämlich hier vorne... Das ist voll niedrig, das, was du mir gegeben hast hier zum Boosten. Wie voll niedrig? Alter, das ging so, finde ich, keine Ahnung, okay. Okay, jetzt können wir nämlich hier oben hoch und direkt den nächsten Stern holen. Dann haben wir schon zwei Sternen, äh, nicht schlecht. Ja, ja, das ist echt, echt geil. Und dann, ich schau mal, ist, glaube ich, gleich mal richtig... Ja, bam, so, eingesammelt, sehr gut. Ja. Und dann können wir jetzt hier nämlich schon mal auf 10 jetzt hier gehen, und zwar das 10er-Level. Und das sieht auch, oh mein Gott, hier kriegen wir nur 5 Sterne. Ja, okay, aber ich meine, immerhin 5, besser als gar nichts, ne? Ja, aber ich... Oh Gott, Alter, das ist schon ganz schön schwer hier, ja? Danke für den Boost. Das sieht ja... Hä? Wie soll man das denn schaffen? Das sieht ja mega schwer aus. Das ist auf unnormal hoch, sehe ich gerade. Ja, ja, vor allem, wir haben ja schon unsere krassen Fähigkeiten, ne? Ja, ja, safe. Stell dir mal vor, du hättest die jetzt noch nicht gekauft. Also, wenn wir die jetzt, äh, dann können wir gar nicht hochgehen, logisch, ne? Nee, nee, würde, glaube ich, gar nicht gehen. So, hier. So, jetzt hier kurz, oh mein Gott. Ja, spring mal schön hoch da, sehr gut, danke. Okay, okay, wichtig. So, hier, nächste. So, jetzt hier schön das nächste nehmen. So, ja, ich mach Boost, zack, und weiter geht's. Weiter geht's jetzt hier, hochspringen, jawohl, okay. Okay, so, ja, vielen Dank, sehr schön, na Boost. Boost natürlich wichtig wieder, okay, ich mach jetzt hier direkt den nächsten jetzt hier wieder da oben. Ja, danke, so. Äh, geht noch nicht hier, ich komm nicht hoch. Jetzt, okay, sehr gut. Zack, oh mein Gott. Hast du es direkt hochgeschafft? Nee. Nein, nein, du hast mich ja fast, äh, zur Seite weggekommen. Oh, sorry. So, jetzt hier. So, sehr gut. Und sprengen. Ja, hab ich, ich mach aktivier hier, so, jetzt hoch. Alter, das Ding ist umso richtig höher, ne? Ja, ich bin. Ich frag mich, ob man halt mehrere Sachen gleichzeitig aktivieren kann. Glaubst du das? Nein, nein, ich glaub, man kann immer nur ein, immer nur, ja, ja, man kann immer nur ein aktivieren. Das wäre sonst auch zu okay. Ich glaub, ich kauf mir jetzt noch, nehm ich noch eine andere Sache. Was willst du dir holen? Und zwar, ich hole mir jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen Geld, nochmal 100.000 Dollar reinpumpen. Ja, ja. Und dann kaufe ich mir jetzt hier nochmal gleich die zweithäftigste Stufe. Ah, lol. Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Und zwar, ich hab jetzt hier irgendwas gekauft für 50.000. Ich kann mir jetzt theoretisch auch noch was kaufen. Du könntest, äh, die Kraft zum Fliegen werde ein Engel, was, du könntest hier für 110% sprungen, ne? Für 60.000 könntest du dir holen. Ich kaufe jetzt für 60.000, 110% Sprung. So. Und jetzt kann ich nämlich noch mehr. Oh, mein Gott. Aber ich finde, jetzt sind wir so schnell. Ah, du hast jetzt kein Speed mehr, ne? Stimmt. Ah, okay, ich bin oben, danke. Mach ich hier Boost auch so. Aber ich kann natürlich noch ein bisschen höher springen. Ja, eben. Und ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt, wenn wir das haben, ne? Also wenn wir irgendwie, ja, sehr schön, danke. Das sind jetzt gerade die 10%, die wollen wir gerade jedes Mal brauchen. Ja, ja, safe. Oh, mein Gott. Okay, ja, sehr gut. Troste das, sehr schön, danke. Ja, das sind wir jetzt gerade immer schwieriger. Oh, korrekt, vielen Dank. Was? So, ich bin direkt auf dich gesprungen. Oha. Sprich auf mich, sprich auf mich, geht das? Ah. Ja. Na, komm. Nein. Noch ein Stück, noch ein Stück, ja. Jo, jo, los. Oh, 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 oh. Jetzt aber, oder? Nee, noch immer, immer noch nicht. Hä? Ah, fast, fast, das war ganz knapp. Das war ganz knapp gerade. Ja, hab's. Okay, ey, wir haben es beide direkt. Ey, wir haben es gerade irgendwie, waren so ineinander hingübergrafen, ne? Ja, safe. Ja, ja, jetzt gleich. Oder? Ja. Ja. Sehr gut, dann aktiviere mal hier, korrekt, vielen Dank. Und jetzt bin ich eben ein Iron Man. Und dann haben wir auch die 5 Sterne am Start, ne? Nicht schlecht. Also die 5 Sterne waren jetzt gerade mega, mega wichtig. So. Die lassen wir uns mal schmecken. Sehr schön. Oh, jetzt kriegen wir, jetzt können wir auf Level 15 gehen. Das ist das Goldkomplex, ne? Oh, was? Okay, warte mal, hier steht auch, nur goldene Gegenstände sind erlaubt. Das heißt, ich habe jetzt gar nichts. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen hier... Du hast aber noch den, du hast noch den Dings, ne? Den Helm. Nein, ich muss den goldenen, oder wir können goldenen Funken holen. Plus 150 Prozent, oder goldene Masse für 8000. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich kaufe mir jetzt mal ganz kurz. Weil theoretisch muss ich ja nur dir helfen. So, ich habe jetzt hier den Oman gekauft. Ja, stimmt. Ich fange einfach schon mal an. Du hast, wenn du den Oman hast, dann bist du... Ey, der Oman ist weg. Ja, Sven, ich glaube, du kannst nämlich damit gar nicht hier, das gar nicht benutzen. Hä, aber wir müssen hier nur ganz kurz rausgehen aus diesen Dingens. Ne, ich glaube, guck mal... Lass uns mal zurückgehen, weil ich habe jetzt ja das Golde gekauft. Also habe ich trotzdem alle Sachen unten. Ey, wir können uns einfach selber helfen hier, oder nicht? Hier sind schon so Jump-Ads. Also ich gehe jetzt mal rein. Ja. Ne, die Sachen verschwinden. Okay, dann müssen wir uns anscheinend echt selber helfen. Ja, dann komm mal rüber hier. Ich bin schon hier oben. Ich glaube, wir können einfach uns hier raufboosten. Das müsste doch auch gehen. Aber das ist doch viel zu hoch, oder nicht? Ne, ich glaube, das geht. Oder meinst du nicht? Das geht, sagst du? Ja, würde ich fast sagen. Hier, ich mache dir nochmal die Treppe. So, zack, hoch da. So, hier können wir nochmal hochgehen. Du bist eigentlich immer nur in einer Ecke die ganze Zeit hier, die ganze Zeit bleiben. Ja, das geht ja, das geht ja echt klar. Ja, safe. Hier in der Ecke geht's, na? Ey. Ach, jetzt ist es in der anderen Ecke hier. Oh, okay. Hä? Hä, oder? Ne, ne, ich muss das hier drüben in der anderen Ecke aktivieren. Das ist hier so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Ach so. Ich bin ganz, ganz gespannt, was das sein soll. So, ich glaube, das war ganz kurz hin. Das ist ganz vorsichtig. Ja, wir wollten schon weiter hier. Oh mein Gott, ich habe ein Loch. Alter. Alter, fällt man auf einmal runter, oder was? Stell dir vor, du fällst da runter. Hä? Oh mein Gott, du hast alle aktiv. Ne, oh mein Gott, du hast alle aktiviert. Das ist Spade gewesen. Ach, ne. Ne, wir müssen schon noch ein Stückchen, wissen wir hier. Das heißt, wenn man jetzt runterfällt, dann halt... Ey, die verschillen ja sogar wieder. Jetzt sind wir gerade zwei runtergegangen, ohnötig. Ach, Mann, ey. Komm, egal. Wir probieren hier oben nochmal in der Mitte. Das lauft jetzt hier zur nächsten Plattform, Kaspar. Du schaffst das. Ich schaff das auch. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier ist, wenn wir da draufdrücken, ne? Oh mein Gott, war da ein weiterer Sprung. Okay, aber kein Problem für mich. Das sind alle da, alle da unter, ne? Sag, und jetzt rauf hier und wo geht's hin? Ja, sind alles aktiviert, ne? Ach, was, aber guck mal, es sind nur noch ein, zwei, drei, vier Stufen nur noch zum Schild. Ja, das stimmt, das stimmt. Eine Stufe, Kaspar, nur noch eine Stufe. Eine Stufe nur noch. Oh ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, wichtig. Oh mein Gott, ey, jetzt komm schon hier. Los, 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 los. Ja, los. Na, komm schon. Ja, du musst, wir müssen zusammen hier kommen. Das geht nur mit Teamwork hier. Teamwork, Teamarbeit. Oh, los. Jetzt, jetzt. Nein, nein. Ich bin hier eingesperrt. Ich hab's nicht geschafft. Achso, ja, warte, dann geht er kurz zur Seite. So, ja, dann aktivier mal und. Oh, super, vielen Dank. Können wir nämlich hier hingehen? Ja, ja. Und können wir uns den Preis abholen? Ja, es hat so lange gedauert, ne? Ja, aber es hat so richtig lange gedauert heute. Also, lass doch auf jeden Fall mal ein Like da und ein Abbo. Ganz, ganz wichtig. Richtig lang, was wir gemacht haben. Fast geschafft. Und so, okay. Oh mein Gott, Alter. Hier, zack, sehr schön. Oh mein Gott, das haben wir so vielfach geschafft. Ich fahr' mich jetzt mal ran, was ist das halt bringen mit diesem Cape? Ich kann mir zwar jetzt fliegen, guck mal hier. Ey, du könntest jetzt auf das mit 100 fliegen, ne? Mit 100 Sternen. Ich hab' ja noch keine 100 Sterne. Ich kann auf das 30er jetzt gehen. Achso. Ja, bin jetzt auf. Ich kann direkt hochgehen. Ey, warte mal, kannst du mich nicht mitnehmen irgendwie? Kannst du mich nicht irgendwie auf deinen Schultern mitnehmen? Du hast eine Flugverbotszone betreten. Achst du deswegen. Loll, ach was, damit du dir nicht alles holst, schnell. Ah, das heißt, man muss es mit Freunden machen. Na gut, Leute, wenn ihr von uns zweifalt sehen wollt, wisst ihr, was du tunest. Like da, Abo. Like und Abo. Let's go. Freunde, was für eine krasse Runde. Wir haben es fast geschafft. Wenn ihr wollt, das Video 100 Sternen Map nochmal machen, dann hast mir ein Like und ein Abo da. Tut mir den Gefallen, checkt euch das von den neuen Videos aus. Wir sehen uns morgen in den nächsten Video. Deinen wunderschönen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.